Wenn Produkte mehr kosten zu dem täglichen Bedarf, dann ist natürlich Aufgabe der Sozialpartner, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten, zu sagen, dass die Löhne wachsen müssen, denn wie sollen die sonst ihr Leben bestreiten? Gleichzeitig, selbstverständlich weiß ich, wer jetzt applaudiert hat, in meiner Zeit als Generalsekretär des BundesöAB war das nicht so oft der Fall, also ich genieße gerade diesen Applaus. Arbeiterkammerpräsident Hemmerle, du seist mir gegrüßt. Musik